Hallo, ich bin der Waldwicht und warum ich ein Rad abhabe, bleibt dran. Du bist heiß auf Wintertouren, du kannst aber nicht, du leidest unter Schneelosigkeit, da haben wir für dich das absolut Richtige. Dann legen wir mal los mit der kleinen Pastelei. Ich habe mir hier vierkant Alurohre geholt, diverse Schrauben und das ganze Werkzeug, alles darüber hinkriegt, was ich denn so brauche. So, jetzt werde ich erstmal die Maße ermitteln, wie ich dann später bohren muss und die Vierkantrohre ablenken kann. Ich habe jetzt mal die Löcher gebohrt und das Rad eingesetzt, weil ich jetzt weitere Maße abnehmen muss, weil es sollte später aufsteckbar sein. Ich habe mich für ein Kunststoffrad entschieden, mit Gummibereifung, es kann kein Blattfußgeber, die kann keine Luft verlieren und das Ding ist schön leicht. Ich werde jetzt die Alustange mal ablenken auf das Maße, wo ich brauche. So, das ist der Stand der Dinge, meine Radhalterungen sind fertig. So, das ist der Stand der Dinge, meine Radhalterungen sind fertig. So, das ist der Stand der Dinge, meine Radhalterungen sind fertig.